So, wir kommen zurück. Kann ich mich hinsetzen, oder? Wie sieht das aus? Das sieht immer cool aus. Willkommen auf Cowboy. Kel, Kel, zum Glück bist du zurück. Hier war was los. Einfach furchtbar. Ist irgendwas passiert? Die Raiders besuchten uns wieder. Ihnen gefiel der neue Droide. Sie. Weggeschnappt. Sie haben sie mitgenommen. Das war ein Droid-Napping. Ich hoffe, mein Salon steht noch, Turgel. Ich wette, das ist alles deine Schuld. Ich bin unschuldig, Meister Grease. Ganz ehrlich. Es war Dagon. Er will nach Tenalore. Mit sie hat es wohl mehr auf sich, als wir dachten. Vielleicht versteckt in ihren Speicherbänken. Wir müssen sie retten. Er wird sie verschrotten, sobald er hat, was er will. Es wird nicht leicht, sie zurückzuholen. Die Raider-Basis ist im Sumpf. Sie haben ein altes Luka-Hulk-Kampfschiff aus den Klonkriegen. Schon gesehen. Es hat sehr viel Feuerkraft. Genau wie wir. Sie hat recht. Zeit, dass wir loslegen. Na, das hört sich doch toll an. Sie haben, was sie wollten. Jetzt sind sie in ihrer Festung und fühlen sich sicher. Sie werden es nicht erwarten. Vielleicht nicht. Aber liegst du falsch. Werden sie Rache wollen. Keine Sorge. Ich bleib hier und seh nach Grease und den anderen. Ganz sicher? Ihr zwei schafft das schon. Lass sie nur nicht ohne Aufsicht schwimmen. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Schöne Axt. Was ich immer mache? Ich mache immer die Dialoge lauter. Weil die Dialoge ein bisschen zu... Also nicht für mich, finde ich. Äh, Audio. Oh mein Gott, ey. Was muss ich denn jetzt hin, ist die Frage. Äh. Ach, das habe ich auch noch nicht, das Viech. Mein Gott, ist das jetzt weit weg. Kann ich da auch noch durch? Gehen wir erst da und machen das da. Das heißt, einmal da vorne rum. Gehen wir da rum. Gehen wir da rum. Die Frage ist, wie kommen wir da rum? Oh. 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 ich hab da ist kürzer wenn wir das nehmen zwischen diesen felsen gibt es dinge die einem das blut in den adern gefrieren lassen wir kennen auch einige schauer geschichten ich habe da kommt jetzt eine tiefgründige unterhaltung von wählen wie sie nicht ist das leben und so aber was du kannst dich also nicht fernhalten niemand vergisst die meeresgist dem sie einmal den gaumen vernebelt hat definitiv nicht du siehst aus wie ein fischerjunge und zu deinem glück sitzen wir genau über dem bau eines seefisch ein seefischer stimmt ein unmöglicher fang kein fischer mit klarem verstand stellt einem so mühseligen gegner nach kein fischer außer scovers death die macht ist mit mir überlebt haben wir alles oder ja nicht schwer ich hätte wo ist das da doppelklinge das kostet ansonsten bei zwei die himmel hier vorracken, los! Positiver Aufprall Offensive wird neu berechnet Bedrohung unter Kontrolle Auf Systeme fallen aus Oh, hier ist Wasser Okay, jetzt erstmal in Wasser gucken Wo da unten ist was? Seht ihr das? Da ist die nächste Kiste Hey, Kerl mit nem Drei-Tage-Schnurrbart Sehr gut Hier ist sonst nix mehr Oh mein Gott, ich hab' ich ja gar nicht gesehen Ich hab' ich ja überhaupt nicht gesehen Dafür bin ich wahrscheinlich noch zu schwach Okay Unterwegs zu Sektor Moment, was ist das? Sieht aus wie aus den Klo und K... Es kreist ab! Ich weiß, dass du da oben bist Ich glaube, ich bin fertig Wir können gar nicht verlieren, stimmt's? War das Teil wichtig? Okay, haben wir, sehr gut YOLO, würde ich mal was behaupten Noch nicht da hoch? Okay, ich kann rechts kommen, aber ich kann da was abschnibbeln Ich schnibbel da erstmal was ab Wo gehen wir denn jetzt als erstes lang? Gehen wir da lang? Bringen wir das zu Doma Na, haben wir das nochmal eins? Wo wird's da lang gehen? Arbeit weiter entdeckt Ja Erledigt den Eintritt links Der Block Schöner fährt Schöner die Umgebung Lasst nichts durch Lasst sie nur kommen Ich hab' keine Angst Ich mache mit allem, was mir zu nahe kommt Kurz, kurz selbst Werde nicht leise, nicht trockler Was auch immer da draußen ist, hat sich schon als fähig erwiesen Unsere Position auf diesem Planeten ist nicht so stark, wie du vielleicht denkst Wir sind jetzt im Vorteil Oh, der ist tödlich BD, hier Volltreffer Nimm das Bring's in die Hände Hier Okay, kann ich nicht hin? Achso Okay Äh, was wollen wir an dem gucken? Alter Was der Was der Fack Nee, da kann ich noch nichts machen Oh mein Gott, ey Oh mein Gott, ey Okay Oh mein Gott, net Du willst mich beschützen Ich bin keine Bedrohung Hilf mir BD, ich brauch Hilfe Ich bin nicht der Feind Oh Eine Kleinigkeit für den Garten Oh, lala, lalala Was? Sieh mal, was wir gefunden haben Oh mein Gott, ich habe fast die falsche Taste Ich habe fast die falsche Taste erwischt Das Imperium greift hier wirklich hart durch Wann werden sie wohl den Außenposten ins Visier nehmen? Was haben wir hier? Oh, flex, so viel kann ich gar nicht trinken, wie du mir je mal anzeigst Oh, für die Energieleitung kriegen wir sogar noch was Okay, gut zu wissen Gut zu wissen Die Frage ist, wie kommen wir da rüber? Oh Ich habe nichts gesagt Nebel, neblige Weite Okay, links oder rechts, Shit Links oder rechts Warum ist das grün? Kann ich das rausstoßen? Da gehen wir nochmal gucken Vielleicht kann ich das ja rausstoßen und da irgendwie sowas Black, so viel trinke ich nicht wie du da eintippst Hier muss ich nicht verstehen Aber hey, oh Lass uns hier eine Pause machen Nein, ich will nicht meditieren Ich wollte mir das angucken Okay, weiter geht's Ist das eine imperiale Fähre? Ich habe keine Ahnung, warum sie bei diesen schlechten Bedingungen geflogen sind Willst du nachsehen? Komm ich gar nicht drüber Okay, da komme ich überhaupt nicht drüber Das ist ein ungewöhnlicher Anblick Gehörst du zu den Raiders? Raiders? Nein, nein Wir sind weder dein Feind noch deren Freunde Was finde ich, wenn ich weitergehe? Jede Menge Nebel Und mittendrin allerlei mögliche Gefahren Achte auf deine Füße Sonst nimmt der Berg sie dir weg Wir werden daran denken Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ich habe definitiv keine gute Blase Warte, zumindest Überhaupt nicht Ne, gehen wir mal hier lang Malhöhle Oh, neue Klamotten Schnieke, schnieke Sieh mal, was wir gefunden haben Gut Sehr gut So Jetzt gucken wir nochmal Äh, das einzige, was wir noch haben Ach Gott, dann guck mal Da ist noch ein Weg Gut, dann gehen wir den Weg noch einmal lang Der müsste dann irgendwo Da lang sein Na, dann müsste der sein Noch hier ist der irgendwo Das hier war früher sicherlich ein lebhafter Ort Jetzt ist es eine Geisterstadt Lass deine Sensoren laufen, BD Ich traue diesem Ort nicht Hey BD Ich wusste, dass etwas faun ist Gehen wir da einmal rumgucken Oder ist noch eine Sackkasse Oh mein Gott Ich weiß ja, hätte ich das eventuell damit sprengen können? Vermutlich Überwachungsausrüstung Ne Wollen wir mal gucken Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ey, sind die schwer Okay, dann geht es nach unten So ist es auch so Okay, wir können hier lang Gehen wir mal gucken Anscheinend müssen wir den Rest des Weges klettern Naja, müssen nicht wirklich, Kerl Aber Oh, wir gehen dann weg noch Weg weg Ich habe eine neue Errungenschaft Das ist toll Ich habe eine neue Errungenschaft Äh Ein guter Neuzugang für unseren Garten Von hier funktioniert der Lift wohl nicht Okay Oh mein Gott Sieh dir das an, BD Priorit Okay, haben wir das auch Äh, wie kam ich jetzt noch von da oben? Ich bin da? Hä, warum wird mir das nicht angezeigt, dass ich da lang gegangen bin? Das freut mich, dass du hier so viel Spaß hast Ich gebe mein Bestes, um das zu ermöglichen Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch Nein Warte mal Willst du mir jetzt erklären, ich kann hier runter? Oh, warte mal Äh Er scheint nicht glücklich zu sein Oh mein Gott, ey Hilfe, BD Oh mein Gott, was ist das für ein wenig Hey, BD BD, stim zu mir Oh mein Gott, was ist das für ein wenig Okay, BD, will ich es gerne Oh mein Gott Aber wir haben es Wir haben es kühnheit neues bonus schön 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 dass wir den auch haben die prospektoren ziehen aus die bestien ziehen ein ein unwirtlicher ort für ein zuhause nicht so finde ich gar nicht da muss ich einmal rum oder ich muss hier einmal darum klettern weil wir waren da ja noch nicht noch mal gucken so lüte noch etwas nein Da ist wieder so ein Teil. Ich weiß aber nicht, wo der hingeht, weil ich diese Dinge noch nicht habe. Ich muss gerade sagen, hä? Oh mein Gott. Okay. Ich brauche Hilfe. Du kannst es nicht aufhalten. Kämpfe mit mir. Er ist getroffen. Vorab! In Bewegung bleiben! Jetzt! Ein ziemlich großer Trupp nur um eine Fähre zu sichern. Hier gibt es sicher etwas zu finden. Guck mal mal. Hey! Hey? Und? Zu Seite, Kumpel. Diese Doiden haben es heute schwer. Ein Auslöschungstruppler. Dann hat er es wohl verdient. Was hast du? Ah. Das willst du. Für dich, Kumpel. Was wird das? WD. Verschwinden wir! Ja! Wir haben eigentlich noch ein Elektrom-Ding. Das war das, was... Ja, das ist das, was ich gebraucht habe. Äh, warte mal. Warte mal. Lucantia? Du kannst die Dinger, die da hinten sind, explodieren lassen, weiß der Geier warum, aber wir können es ja mal gucken. Äh, können wir nicht, wenn ich nicht rankomme. Ähm. Bitte, hilf mir bitte. Okay, das ist ein nützliches Fakt. Das ist sehr nützlich. Das war sehr nützlich. Nee, nee, nee. Die Dinger. Jetzt will ich wissen, was da oben ist. Warum ich da Elektro-Dings machen kann, das würde mich jetzt mal interessieren. Was machen wir noch und dann? Warte mal, muss ich da weg? Wenn man sich nicht alles anguckt, dann verliert man sowas auch nicht. Du bist dran, BD1. Hey. Okay. Okay. Okay, gucken wir mal Wenn nicht, du lebst da unten Was ist da unten eigentlich nicht mehr leben? Gucken wir mal hier, was hier so schön ist? Okay, hier ist nix Nein, ich hab noch... doch hab ich! Also mindestens zwei Liter hab ich schon getrunken Ich trink nicht so viel, Black Mein Gott, ne Ich fall da auch noch runter Ja, Gott, ja, ich bin... Da unten bin ich schon... Ach, da unten bin ich schon lang gegangen Okay, halt, stopp, warte mal Okay Ich weiß, dass trinken wichtig und gesund ist, weil wir ja zu... Ich weiß nicht, wie viel Prozent aus Wasser bestellen Ich weiß nicht, ob ich das schaffe Nein, ich muss es tun Wie komm ich da hin, wo ich gerade hingucke? Komm schon, Kumpel, gehen wir Dieses neue Gerät ist ziemlich praktisch, was? Das ist voll geil Das ist voll geil, das neue Teil Das ist voll geil, das ist voll geil Das ist voll geil, das ist voll geil, das ist voll geil